Hallo Leute und willkommen zu einer kleinen Zwischenmeldung unsererseits. Ich meine, es ist Weihnachten und es ist ja nicht so, dass wir nicht weiterhin an einem Server arbeiten würden. Nö, also wir gammeln eigentlich die ganze Zeit rum, saufen uns einen an und freuen uns einen Cola-Keks. Natürlich nicht. Wir haben heute mal ein bisschen vor... Oh, ich werde mal wieder hier... Ja, sehr schön, jetzt sehe ich auch wieder was. Wir haben heute mal vor, euch ein bisschen vorzustellen, was wir bis jetzt in das Modpack reingekriegt haben. Hier ist so eine kleine Projektwand, was noch nicht drin ist, weil wir ja auf 146 sind, gibt es einige Mods leider noch nicht. Da fällt hier unter Kondensblocks... Obwohl, inzwischen müsste es die sogar schon geben. Wir haben sie nur noch nicht eingebunden. Also Kondensblocks, Gravisuit, Advanced Technology und Advanced Alloys, Transformers, ICBM, Wireless Redstone, Seed Manager. Das sind so die, die jetzt noch nicht drin sind, die wir aber drin haben wollen. Und gleich als kleine Warnung. Ich stelle euch jetzt zwar alles vor, aber das heißt nicht, dass wir auch alles davon auf den Server nehmen. Es gibt ein paar Sachen, die möchte ich lieber nicht in Hand von Spielern sehen. Gut, fangen wir an. Und ich würde... Ah ja, selbst Hühner sind begeistert von unserem Mod. Cool. Wunderbar. Gut, fangen wir an. Dann kriegt ihr jetzt ein paar Infos. Wir rauschen mal kurz rüber zu BW, würde ich sagen. Ah ja. Genau. Einer der ersten kleinen Mods, das seht ihr gerade hier unten links, ist ein HUD, was euch anzeigt, wie voll euer Jetpack ist. Das heißt, ihr müsst nie wieder mitten im Flug nachgucken. Oh shit, stürze ich jetzt gleich ab. Nein, ihr seht's dauerhaft. Finde ich, ist eine super Sache. So. Wir flitzen mal kurz zum geheimen Favorite Mod von unserem Protos rüber. Fällt unter die Kategorie Design Mods und du hast ein Ei im Haus liegen. Lieber netter Protos, erzähl uns doch mal was über deinen Mod hier. Mods. Wir flitzen mal kurz zum geheimen. Wir flitzen mal kurz zum geheimen. wir sind uns noch unsicher ob ihr so viel vielfält über braucht oh moment ganz kurz warte mal sorry ja ist jetzt vielleicht in der vorstellung man kann auch kurz daneben sitzen es scheint wohl noch ein paar platzierungs problematiken dazu geben aber trotzdem cool naja ein schornstein jetzt wird er bestimmt ein hühnchen ein das arme hühnchen ah ja das geht nicht das demonstriere ich mal kurz hier so und schon habe ich einen eimer wasser und es geht immer und immer wieder ja der braucht übrigens eine halbe ewigkeit aber sämtliche verzauberungen bleiben auf den sachen drauf ne weil die nicht nicht kaputt sind die gegenstände mach mal hast du holz gefunden oder was also wie ihr merkt die vorstellung soll etwas intensiver sein es wird für jeden mod ein richtiges spotlight noch geben keine panik wir haben schon so viel im kopf es wird also sehr sehr ausführliche tutorials geben so ich höre übrigens den wascher gerade nicht aber er funktioniert anscheinend ach so eine sekunde mal kurz eine sekunde mal kurz ich glaube nämlich den fehler gefunden zu haben da wird es jetzt mal einen kleinen back geben so ich glaube ich glaube ich habe das mal kurz vorgestellt wurde und was wir vielleicht noch erwähnen sollten uhohoh leck ist der mülleimer ja genau sie sind gerade ruhig nö sie sind nicht ruhig weil ich nehme alles zurück ja ich baue die mal ab hier weil dadurch kommen nämlich auch die lecks wenn die laufen also auch so eine sache oh und der sound bleibt cool nein ja das war ja nicht meine absicht so der Mülleimer entleert sich quasi selbstständig wenn man da was reinschmeißt nach wie viel zehn minuten glaube ich so habe ich es gelesen man hat also zehn minuten zeit sich zu entscheiden ach nee scheiße hätte doch nicht im mülleimer gesollt aber die lecks sind echt übel also wir sollten vielleicht die beiden geräte rausnehmen gut ja ist eine diskussion die wir später sowieso noch führen müssen sind wir dann hier oh du hast köpfe an der wand genau es gibt dann noch weitere köpfe neben denen die man so hat und die machen teilweise auch geräusche wenn man jetzt zum beispiel mal auf einen rechtsklick auf den wolf macht dann brummt der oder das männchen hat dann ein essgeräusch leider funktioniert es nicht bei allen weiß ich nicht ob die sounddatei fehlt oder ob da einfach das gar nicht so geplant ist aber bei manchen funktioniert es die mods im pack sind teilweise noch beta also das dürft ihr nicht vergessen also das war jetzt gerade betterworlds roof and slopes und die blocks und die yummy furnitures so gehen wir zum nächsten ähm mit dem ich ehrlich gesagt noch fast gar nicht gearbeitet habe ist äh factorization ähm hat ein eigenes energiesystem ein sehr interessantes energiesystem gerade hier mit diesem komischen mixer da hat äh es ist der slug ofen ja die barrels sind sehr interessant da kann man nämlich sachen drin einlagern aber immer nur ein gegenstand dafür aber massig davon ja und dann halt öfen und hier mixer und so ein krams sehr nettes licht äh leuchtet so ziemlich viel aus ist äh sehr hell sieht man natürlich jetzt leider nicht aber wir können ja mal kurz dunkel machen so zum spaß äh klick klick so äh wenn ich das jetzt mal abbaue abbastel in einem creator film wird es schlagartig relativ dunkel hier und der leuchtet wirklich in einem sehr weiten radius aus also man sieht das da hinten das ist schon sehr nett so äh gehört auf jeden fall ins pack wird wahrscheinlich auch drin bleiben und noch erweitert werden ähm sind einige sachen dabei die ich bis jetzt wirklich noch gar nicht benutzt habe gebe ich ehrlich zu ah jetzt kommen wir zu einem von drags lieblings mods erzähl doch mal komm ja es geht halt nur darum dass ähm metallurgie man einstellen kann wie viele äh erze überhaupt vorkommen in welchen adern das macht den mod für uns sehr interessant vor allem dass der jürgen auch sein gold findet ja genau ähm und ich finde er hat schöne design blocks ähm und schöne farben ja also äh das hier diese ganzen blöcke das ist alles metallurgie durch die bank weg alles die lichter und die glasteile und ein komisches orangenes teil was ich gerne mal erklärt hätte hallo das ist ein ähm wie heißt der ein ja äh es gibt mehrere öfen ja copper iron genau und die sind halt ein bisschen schneller als die standard öfen ah ja kohle öfen und dann ähm hast du ja hier glaube ich eine deiner lieblingsmaschinen aufgebaut gehabt ja die kenn ich die kenn ich selber achso die da hinten ja genau die da kenn ich selber nicht so äh diese maschine hier wird dafür zuständig sein dass ihr bei uns auf dem server was kaufen könnt ja genau die münzpresse äh wird natürlich für euch gesperrt die ihr natürlich nicht bauen dürft ja logischerweise ich meine wir wollen ja auch nicht dass ihr euch euer eigenes geld presst ähm wir werden dann äh ungefähr in der geschwindigkeit wie es hier dargestellt ist für euch geld machen und ungefähr in der geschwindigkeit für uns so äh würde natürlich auch wesentlich schwerer sein also wir müssten quasi einen angestellten haben hätten wir kein red power weil ansonsten müsste nämlich immer hier stehen und immer ein hebel umlegen fluch 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 he he so äh ja dann gibt es hier noch zwei äh sachen aus ne drei wa ja ja das sind ähm block crusher glaube ich die machen pulver und äh die gibt's dann auch wieder in tausend verschiedenen variationen und varianten wie man sehen kann alle us- es ist eigentlich auch sehr stark auf design ausgelegt Weil man eben sehr viele Möglichkeiten hat, damit zu basteln Ne? Genau So Kommen wir mal zu dem Mod, wo glaube ich Alle seit Monaten drauf warten Vergessen wir den davor Den kleinen hier Stimmt! Den darf ich ja gar nicht Wir haben hier LSD-Glas Schau mal, da läuft ein LSD-Mensch rum Ja, genau, das versuche ich gerade hier ein bisschen zu vermeiden Brennnen! Achso, ich habe ein Schwert Weißt du auch, warum du das ein Schwert kriegt hast aus Metallurgy? Da gibt es auch, Gott sei Dank, mit Metallurgy Fast keine Waffen Nö, es gibt eigentlich fast keine Rüstung Und fast keine Waffen Oh, ich glaube, da hinten ist eine Party Oh ja Vor allem, die sind alle wegen mir da, glaube ich Bleib da hinten Ein Quartett So Was man übrigens da hinten sehen kann, was jetzt wahrscheinlich Recht nett ist, gleich mal zu erklären, ist Bambus Zuckerrohr ist das kleine Bambus ist das große Kommt aus Extrabioms Nein Bambus kommt aus Forgotten Nature Bambus ist aus Forgotten Nature? Okay, gut Also, Bambus ist aus Forgotten Nature Ich habe nie gesagt, dass es aus Extrabioms kommt Bald Bald Ja Die gehören ja bald zusammen Also dieses nette Colored Glass hier kann man mit diesem farbigen Sand herstellen, den man findet Richtig? Nein Oder muss man den färben? Nein, man muss den färben Das ist Sand und das jeweilige Farbteil Und dann entsteht das da Sehr schön Und den schmelzt man dann ein und dann kriegt man hier diese tollen bunten Gläser Auch wieder ein sehr schickes Design-Element Ihr seht, wir legen sehr viel Wert darauf, dass es endlich mal ein bisschen hübscher wird So, hier geht es übrigens zurück Ich glaube, ich steige mal aus und wir sehen uns morgen wieder Bist du da? Nein, natürlich nicht Hier hätten wir Red Power Und zwar auffälligerweise gleich hier mit einem der neueren Energieerzeugungsmöglichkeiten Nämlich Wind Kinetic Energie und so Und natürlich mit jeder Menge Schaltungen Und hier klickt es und klappert es im Hintergrund Das gibt es gar nicht Also es ist wieder alles dabei Und wahrscheinlich noch eine ganze Menge mehr, als man es von vorher gewohnt war Ja, zum Beispiel die Kabel Genau Es gibt jetzt halt für Energie andere Kabel Es gibt Energieeinheiten Mit Volt und Ampere werden die ja regulär ausgegeben Also wie es auch im wahren Leben ist Hey, die werden in Volt gerechnet Ja, Volt und Ampere Kann man separieren, Tatsache Und wird nachher auch als Watt ausgegeben Habe ich schon geschaut Ah, okay Und es gibt jetzt neue hier, die Inverted Lights Das heißt also Lichter, die generell an sind Lichter, die generell aus sind Und es gibt hier Lichter in Käfigen Und die backen ein bisschen rum, wenn man rauf springt Oh, die Project Table Genau Eine neue Project Table mit neuen Funktionen Und hier diese Frame-Tubes Und also es gibt echt richtig viel zu entdecken Und ich bleib ständig an der Lampe hängen Also mit der Lampe musst du definitiv noch was machen Gibt's ja gar nicht Ähm, ja Gibt's zu RedPower noch viel zu erzählen? Ich glaub, RedPower, jeder der sich mit Technik beschäftigt Weiß, wie man mit RedPower umzugehen hat Jeder Ausführliches Kombinations-Tutorial folgt Natürlich So, der nächste Mod Beziehungsweise die nächsten Mods in Kombination Sind, wie man sehr schön sehen kann Buildcraft Dann die Additional Buildcraft Objects Und die Additional Pipes Und der BCIC Crossover Mod Äh, passt jetzt zwar nicht ganz zu Buildcraft Weil es ist ja Buildcraft und Industrial Craft Aber trotzdem steht hier der Generator dafür rum Der funktioniert auch Der stürzt das Spiel nicht ab, wenn man ihn anmacht Erstaunlicherweise Äh, hier haben wir auch ein paar Neuerungen drin Allerdings nicht sehr viele Muss ich ja ehrlich gestehen Also der Hopper ist ja Ist zwar neu, aber auch nicht ganz neu Dreck, hast du ein Problem? Nö Achso Ich spiel gerade Zartinen in Öl Ah, okay, sehr schön Äh, ja Oh, oh Ähm, da hat jemand wohl eher Lust gehabt Gerade in die Luft zu fliegen Ja Cool Okay Ziehen wir gleich das Öl in der natürlichen Umgebung Genau Äh, machen wir mal hier einen auf Äh, ich baue einfach nur die Oberfläche zu Schalino So Wissen wir, wissen wir ja gar nicht von wem das kommt Nein So Im Anschluss Natürlich Logistikpipes Obwohl ich ganz ehrlich gestehen muss Dadurch, dass Red Power raus ist Äh, wird Logistikpipes wohl ein bisschen nach hinten rücken So ein ganz klein bisschen Ich mag Logistikpipes ja wirklich Das müsste ja nun zwischen jeder wissen Aber Es kann sein, dass ich dann doch vielleicht auf ein paar andere Sachen ausweiche Ne Und zu Buildcraft passend Und was ist noch mit dabei Naja, eigentlich nicht wirklich viel mehr, als man jetzt sowieso aus dem LPT schon kannte Denke ich mal Überhaupt nicht absturzgefährdet Ich hab gerade mal auf die Stempelmaschine geklickt und schon bin ich weg Ja, noch guckst du ganz doof auf die Maschine rauf Also wie ihr seht Ähm Ich erzähle was am Ende zu Es ist auf jeden Fall sehr viel Arbeit da drin Mhm Weichen wir auf die nächsten aus Thermal Expansion Äh Einer Äh Der Mods, die sehr, sehr komplex, aber auch sehr nett nutzbar sind Im Hintergrund sehen wir übrigens keine normale Wolle, sondern das ist Rockwool Äh, ich werde mal kurz gucken Das war Flint and Steel, richtig? Flint Ah, dann brennt die nicht mehr Genau Also hier kann man machen was man will Die kann nicht abfackeln Da fackelt er die Maschine ab Das ist eine sehr schöne Sache Wenn man um den Kamin rum zum Beispiel einen Teppich haben möchte Nimmt man halt Rockwool Kommt auch aus diesem Mod Die Maschinen kommen auch aus dem Mod Die sind relativ neu Und tragbare Energie ist natürlich immer eine sehr schöne Sache Mann, Mann, Mann Ich quatsch mir hier echt ein Wolf Wir sind ja noch nicht mal bei der Hälfte So Okay Äh, weiter im Text Ganz einfacher Mod Muscraft Wisst ihr alle Bescheid Bücher bauen, in andere Welten reisen und so weiter Ist momentan noch absolut buggy Funktioniert fast gar nicht Liegt wohl an der aktuellen Version Wenn man es anklickt, dann schmiert man den Server ab Aber auch sonst nix Aber aufbauen kann man es schon Sieht schon schick aus Hat doch auch was, oder? Genau Ja Ja, auf alle Fälle So Jetzt kommen wir in die Blinkabteilung Genau Ähm, magst du mal die rechte Blinkabteilung kurz mal erläutern? Das, äh, die Das da? XI? XI Äh, ja Ich will erklären Und warum wir es eingebunden haben? Ja, genau Weil es schön ist Ja, auch fertig Momentan noch Deko, genau Aber es wird ja noch größer Ja, es wird da richtig viel kommen Ähm, Entwickler ist halt, äh, ja Chickenbone ist dabei Direwolf Direwolf Da wird auf jeden Fall so Da wird es einige Maschinen geben Man sieht auch hier teilweise beim Bewegen noch einige Texturbugs Ähm Ich hab das übrigens mit Absicht alles hier im Standard-Pack Weil, ähm Wir wollen doch nicht verraten, was wir alles in dem Speck schon drin haben Kommt aber auch So Dann, äh Philipp Ist doch einer deiner Lieblings-Mods Ja Das ist mein Lieblings-Mod War haben wir hier? Troncraft Ey, das Hirn regt sich gerade auf Ja, das Hirn geht hier immer richtig ab Ja, lass das Hirn Hirn sein Also, bei Thorncraft Natürlich die ganzen Magischen Sachen Einige neue Ärzte mit drin Und Ich meine, ähm Mit Thorncraft haben sich einige vielleicht noch nicht so auseinandergesetzt Weil es fällt ja nicht so ganz in die Technik-Abteilung Sondern wirklich in die Magie-Abteilung Ist aber sehr schön kombinierbar Vor allem die da Ja Ähm Die Jungs hier sind echt fleißig Pass mal auf Na? Oh Dankeschön Aber theoretisch könnte ich es doch einfach auf die Kiste werfen Ja, das ist die Hungry-Chess Ja Die ist immer hungrig Die Chess Immer Ja, die Jungs Können hier gut aufräumen und supporten Finde ich Also, die finde ich echt klasse So Und Marker und so weiter hier Das ist alles Thorncraft Mit Spielereien Und, äh, Musik Ja Und Blöcke ever Ja Das Schöne ist Die Blöcke hier Werdet ihr nicht Zerstören können Ja, es ist recht unwahrscheinlich Ich kann's Haha Ja Related Mode for the win So Ratet mal aus, was die Bank bestehen wird Ja Äh, also wenn jemand einen Bankeinbruch plant Nehmt euch Zeit mit Viel Zeit Oh, zwei, drei Tage Oh, jetzt sieht man leider schon was, was ich noch gar nicht zeigen wollte Schnell wieder runter Gucken wir mal in die Richtung Ähm Computer Craft und Misk Peripherals Ähm Ist im Grunde Misk Peripherals ist nur für diese ganzen Elendig vielen Turtles da Ja, der Witz ist, ähm Die sind momentan alle Elfen Weil, äh, da hat sich wohl jemand einen kleinen Weihnachtsgag erlaubt Ja Wie ja in Minecraft gerade sehr üblich Ja Mit von der Decke fallenden Hühnern Ja, das ist so das Portal Gun Ja, wir haben die Hühner mal abgeschaltet Beziehungsweise die Portal Guns Und nein, die wird es nicht auf dem Server geben So, ja, hier gibt's halt massenweise Turtles und Möglichkeiten Detektoren, Teleporter, etc. Das ist alles aus Misk Peripherals Alles was zur IC angepatzt ist Genau So Dann zu einem meiner absoluten Favoriten momentan Allerdings auch sehr überschneidend mit Red Power Nämlich Powercraft Äh, es sind noch nicht alle Module aktuell Und es sind noch nicht alle Module drin Aber wie man hier sehen kann Also die haben auch sehr viele Timer und Counter Und, äh, Gates und alles mögliche mit drin Die haben diese, fügen diese netten Kristalle mit in die Welt ein Hier schlägt ab und zu ein Blitz ein Darum gehe ich mal lieber nicht so nah ran Obwohl ich bin im Creative Mir soll nichts passieren Äh, Drag Bleib doch mal da stehen, so lange Nö Da komm ich Das drauf Ähm, und dieses nette Teil hier ist ein Petrogen Den habe ich jetzt nicht als Schild gemacht Der ist auch ein separater Mod Der ist allerdings auch noch fraglich Also der kann auch Petroleum mit Petroleum laufen Willst du dich grillen lassen? Ja Ja Äh, äh Aufhölzwecke Schon sehr nett So Jetzt ein Mod, der nur drei Blöcke mitbringt Aber ungefähr sechs Milliarden Items Äh, die Kisten sehen so leer aus Warum sehe ich gerade nichts in den Kisten grillen? Das ist sehr blöd Ah, jetzt, jetzt, jetzt Okay Ähm, das ist Mindsham Mit Mindsham kann man so ziemlich jedes Element auseinander pflücken Und zu was Neuem machen Ist eine sehr nette Sache Ist sehr aufwendig Und vor allem erst neu abgedatet Auf die Version 2 Wird, äh, definitiv mit im Pack sein Also da bin ich mir schon sehr sicher Weil das macht einfach mal Spaß Man kann sich da Jeden Gegenstand vornehmen Mal ein bisschen auseinanderbasteln Und hier sieht man ja haufenweise Elemente daraus raufzaubern Also Für alle, die gut in Chemie sind Ihr wisst, Gold kann man nicht erstellen Also es ist kein Mein-Alchemie Sondern es ist Mein-Chemie Ja, nur, dass ihr Bescheid wisst Für Alchemie ist dann eher wieder Thorncraft zuständig So Ich kann langsam nicht mehr reden Ähm, kommen wir zum Modular Force Field System Was wahrscheinlich, also Ähm, auch ein Schutzsystem für die Bank werden wird Zusätzlich zu den etwas fies so zerhauenden Steinen Das heißt Solltet ihr nach sechs Stunden Durch die Steine durchgekommen sein Wären euch einfach eure Items abgenommen Schon doof Ja, genau Und dann verliert ihr auch noch alles andere Was ihr mitgebracht habt Ja, ja, ja Manchmal schon echt doof Also Hiermit kann man halt Felder erstellen Und Es wird da sicherlich auch massive Einschränkungen geben In dem, was ihr da machen könnt Weil, ähm, damit kann man viel Mist bauen Und den Server auch richtig auslasten So richtig 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 Wird also eher ein Admin-Tool werden Ja Weil wir uns ja auch noch nicht so ganz sicher sind Ohne Bucket, wie wir den Server schützen Ich glaube, es gibt so Einige Möglichkeiten So Dann Zu einem der größten Parts, glaube ich, hier Nämlich alles, was zu Industrial Craft und Drag Äh, Gregtek Dregtek, hm? Dregtek, genau Jetzt sagt er Das fängt schon an Ähm Und zwar Ich bin auch schon Technik Cool Jaja Du bist schon Du bist deine eigene Technik Mhm Ähm Haben wir bei IC mit dabei Advanced Power Management Advanced Solar Panels Compact Solar Panels Advanced Machines Und Nuclear Control Wie man sehen kann Es ist ein Haufen Mist Ja, und hier haben wir auch Die IC Crops Stimmt, die Crops Darf man ja auch nicht vergessen Also, ähm Ist hier Was ist das hier? Der, ähm Top Exputer Der Tutor Automat Charm Oh Alarm Er hat hier Alarm ausgelöst Er hat Drag Spielt Genau Dann macht er einfach einen Alarm an hier Ja, das ist aus Nuclear Control Äh, und warum steht hier ein Stück Achso Deshalb Okay, gut Weiß ich Bescheid Das wäre eigentlich auch was für Plan, oder? So ein Fliegeralarm mit einem Timer Äh, ja Ich meine, äh Wenn man, ähm ICBM dabei hat Dann gibt es ja das Radar Das ja auch ein Alarm auslösen kann Das ist ein Redstone-Signal Und dann kann man natürlich das Ding damit anklemmen Ja, dann wird es richtig laut Ja, das ist dann richtig spaßig So, Kabel, 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 Kabel Einfach da upgraded werden können Mit verschiedenen Möglichkeiten Hier, Diamond als größte Die ist genauso groß wie die Crystal Nur, dass man hier halt noch schön die Items sieht Crystal Chests werden für den Server gesperrt Punkt Alleine aus Rendergründen Unser Root-Server steht Und selbst der aktuelle Tech-It läuft darauf richtig sauber Aber, äh Trotzdem muss man es ja nicht übertreiben Sag mal, so sauber wie Tech-It laufen kann, ne? Ja, genau So sauber wie Tech-It eben laufen kann So, dann haben wir hier den Ender-Storage Den kann man gleich mit dazu erwähnen Einfach nur eine, äh Etwas bessere Version der Ender-Chest Und Kurz angeschnitten Xtrabioms XL Ihr habt es ja sicherlich im Hintergrund schon überall gesehen Also, das hier ist bestimmt keine Standard-Minecraft-Welt Sondern die ist von Xtrabioms erstellt Ähm Kann Schöne Sachen Zum Beispiel Genau Den klaue ich mir jetzt einfach mal den Lock-Turner hier Äh Mal gucken, ob ich es jetzt hin kriege Ja Damit könnt ihr Blöcke, die ihr gesetzt habt Im Nachhinein drehen Ich glaube, das hat sich jeder mal gewünscht, oder? Sehr praktisch, ja So Und die Scarecrow Macht nix Sieht nur schön aus Wir haben versucht, Hühnchen damit wegzuscheuchen Prägt nix Die stehen eher rum und freuen sich Vielleicht Vielleicht regen sich die Mobs auf Stimmt, vielleicht Greift auch Also ich Bis jetzt habe ich noch keinen Mob hier in der Nähe gesehen Vielleicht gehen die Mobs da Au Jetzt hat die mir voll vom Kopf geschöpft Oh, glaub's ja So, hier sind noch ein paar Blöcke aus Extrabioms Einfach mal, um zu zeigen, dass da auch nochmal zusätzliche Elemente mit drin sind Inklusive hier diesen netten Autumn Leaves und so Schon echt schön Und das Huhn ist schon wieder da Crazy Chicken Nein, es ist kein Evil Chicken Hühnchen sind nicht böse Nur ab und zu Fall nur vom Himmel Ja, genau Momentan ja zum Glück nicht So Für alle, die bis jetzt schon Interesse daran haben Mal ein bisschen Testkaninchen zu spielen Ich werde jetzt hier an der Stelle Einfach mal eiskalt Weil ihr müsst das Video natürlich bis hierhin gesehen haben, um das zu sehen Die ID von dem neuen Techit einblenden Es ist eine Testvariation Ja, also bitte, bitte, bitte Wenn da irgendwas nicht funktioniert Schreibt es in die Kommentare Aber Beschwert euch nicht Das ist eine Kopie von dem Techit-Server Der ist noch im Test Der läuft halt auf dem neuen Route, den wir uns angemietet haben Und wir wollen einfach mal gucken, wie stabil das ganze Ding läuft Bis jetzt ist er noch nicht abgeschmiert Im Gegensatz zu unserem Nitrado-Server Scheint es also ein bisschen stabiler zu sein So Sag mal, Philipp, deine Elfen Die fahren gerne Zug, oder? Ja Also hier in diesem Vor allem ICE Ja, die fahren jetzt in Züge Ja, genau Also, wir sind hier gerade bei Traincraft Traincraft hat nicht nur Züge, sondern auch ein Zeppelin Weil es war ja früher auch mal eine Zeppelin-Mod Und damit kann man hier so schön durch die Gegend gucken Oh, ich bin schon viel zu hoch Ich wollte gar nicht Oh, landen 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 So Genau, und vor allem müssen ja auch noch weise Sachen hinzukommen Wie Eftel-Autos und Hubschrauber Ja, da gibt es noch einige Erweiterungen Hier schön am Bahnhof Ach so Der Protus sitzt am Bahnhof und war da sein Zug Und der hält und hält nicht an Ne Er fährt hier immer nur blöd im Kreis Das ist halt deutsche Bahn, ne? Die fahren ja einfach nur rum Der ICE, der ist auch sehr schnell heute Aber das liegt wahrscheinlich an der Elfe Keine Angst, die Schienen sind nicht kaputt Das Geblitze kommt wirklich von da Boah, da kriegt man ja Augenbrauch Ja, von Elfers Thorncraft Genau Die Thorncraft-Elfe Ja, die Zug-Elfe Die Zug-Elfe, genau So, und passend zu Traincraft gibt es natürlich auch Railcraft Wir haben jetzt mal hier nicht die Karts und so aufgebaut dazu Sondern einfach mal gezeigt an den Tanks Dass man hier ein paar Flüssigkeiten speichern kann Ich weiß gar nicht 5,5 Millionen Der geht noch nicht Ach so, der ist noch nicht auf der Weile Der wird also auch noch eingestellt Das heißt, es sind so große Flüssigkeitsspeicher Wozu man jetzt 5 Millionen Liter Lava braucht Weiß ich auch noch nicht Aber das wird sich zeigen Ach, das schaffen wir schon Ja, bestimmt Und Nur, und nur Weil wir es können in den Niederland so pumpen Stellen wir dann drei so eine Dinge hin Richtig, also wir pumpen den Niederleer ab jetzt Wissen wir Bescheid So, dann Schon wieder ein Blitz Meine Güte Blitzet aber heute Das gibt's ja gar nicht Kommen wir Vorerst Zum letzten Part Und da könnt ihr jetzt mal nochmal Die Gedankenkeule schwingen Weil ich persönlich Hab mir jetzt schon den Mund fußlich gelabert Naja, das ist halt wie Äh, da hinten Auch wieder so Element Äh, Design-Elemente Zum Beispiel verschiedenes Glas Oder Ein paar Bäume Ein paar Ja Ein paar Mhm, ein paar Ähm, dann Ähm, genau zu Beeren Das sind diese schönen Hier Oder etwas zum Essen Auch nur ein paar Kleinigkeiten Glaub so 30 oder 40 Verschiedene Essen Wie viele neue Rezepte Haben wir eigentlich Alles in allem jetzt Zum Essen Äh, einige Hat da jemand mal so eine Übersicht Sind doch knapp 100, oder 136 Okay Okay Da hat jemand mitgezählt Oh ja Hier steht auch nochmal Bambus Und, äh, hier verwandelt sich der Boden Grad zu Kristall Ja, es liegt wohl an dem Kristallholz Was ich hier verlegt Und an den Kristallsteinen Die ich hier verlegt hab Ist natürlich cool Hat was Auch wieder sehr stylisch So, und dann So, fällen wir mal schnell ein Wenig Bambus Ja, genau Fällen wir Bambus Und dann machen wir Das da draus Oder auch Nicht Geht das eventuell nur in einer Crafting Table? Nee, das geht Äh, nicht im Kreativmodus Ah, okay Ja, das ist natürlich richtig Ja Bambusblöcke für Bambushäuschen Und da klingelt mein Telefon Ach, wie schön Ähm Da kann Können wir jetzt schöne Bambushäuschen bauen, ja? Genau So eine schöne Eingeborenenhütte So Oh, schau mal Ich hab wieder was rausgefunden Ist doch schön Ach, das sieht ja ein bisschen anders aus Jo Wenn man Bambus Äh, Jürgen Überneh mal Mit dem Rest Ja, ja, der Rest ist, äh, gehört wieder zu Better World Und zwar Plants and Flutes Auch wieder, äh, neue Pflanzen, äh, neue Sachen zum Essen Vom Salat über Tomaten und, äh, was weiß ich Erdbeeren Ähm, äh, einiges Von den, ähm, ja, geernteten Sachen kann man direkt essen Andere muss man weiterverarbeiten Ähm, und zwar könnte man hier mal in diesen, ähm, automatic crafting table reinschauen Ähm, man kann zum Beispiel aus einem Mühlstein Olivenöl und, ähm, ja, ähm, Mehl kann man zwei verschiedene Teige machen Aus denen kann man dann wieder Kuchen machen oder Pizza oder sonstiges Nebenbei kann man noch Milch in Flaschen abfüllen und daraus kann man dann wieder Kakao machen Und ich sehe schon, da hat jemand sich hier das Bier geschnappt Prost! Äh, es gibt auch Kaffeebohnen, die man dann rösten kann Und dann kann man hier in der schicken Kaffeemaschine sich auch einen Kaffee machen Ja Und das Beste ist natürlich hier Bier und Weinfass, ne, für unsere Milchtrinker Ja, wir werden jetzt, wir werden jetzt allabendliche Besäufnisse machen in Minecraft Genau Dann, ähm, kann man sich also Schon auf jeden Fall die Leber Ja Kann man sich einen schönen Wein- oder Bierkeller anlegen und, ähm, freut sich seines Lebens, ja So, der ist leer Und, äh, damit sind wir fürs erste Tatsache mit den Mods durch Ich mach jetzt mal kurz folgendes Ich geh jetzt mal in den Creative und flieg mal nach oben Nur, dass ihr mal seht Was hier steht Sind Nur Blöcke Die knapp 10.000 Items, die da noch dazukommen Oh, jetzt bin ich in der Wolke In der Wolke ist doof, da sieht man nichts Die, äh, 10.000 Items, die da noch dazukommen Sind hier nicht aufgebaut Wir haben noch nicht mal alle Blöcke aufgebaut Genau Also, nur mal, um eine Vorstellung zu haben Wir sind, glaube ich, jetzt in der Tabelle mit den angepassten IDs bei knapp 13.000 Kann ich dir im Moment nicht sagen Also, Blöcke sind wir bei Nein Haben wir schon längst Also, ohne Flan-Mod Fehlt ja auch noch Ja Sind wir bis jetzt bei 2.025 Blöcken, okay Nein, Entschuldigung Nehmen wir alles zurück 2.354 Mhm Und bei den Items Ein paar Items laufen ja über die 20.000 raus, weil wir die noch nicht angepasst haben Genau, aber wir sind jetzt offiziell in unserer ID-Liste bei über 13.000 Ja, also, äh, ihr seht, es ist richtig viel Arbeit, es soll ja auch alles ordentlich funktionieren Ich mache jetzt mal kurz NEI auf, nur mal, dass ihr seht, was ich meine Also, wir sind jetzt hier bei 69 Seiten Ui, noch klein was es sind Es ist, äh, auch alles relativ gut sortiert Also, je nach Mod, ähm, hat man hier eine richtig gute Sortierung drin Hat den Vorteil, dass man eben, wenn man was sucht, äh, auch wirklich was findet Die Rezepte müssten zum größten Teil inzwischen auch schon drin sein Wie gesagt, an den Texturen wird brav gearbeitet Mhm Jo Das kann aber sein, dass die dann teilweise noch ein bisschen dauern Äh, ja, definitiv Ja, die werden für Apple kommen und nicht alle auf einmal, das ist sicher Außer, wir machen das erst Weihnachten 2013 Ja, dann hätten wir noch ein Jahr Zeit Das könnte dann knapp passen Gut Ja, fehlt noch irgendwas, genau Es fehlt folgendes Ähm, Server wird aufgesetzt, sobald das Pack fertig ist Das heißt, es kann immer noch dauern Ich habe ja gesagt, dass ich so eigentlich meinen Geburtstag angeplant hatte Das muss ich jetzt leider verwerfen Oder wir verschieben, dann gib uns doch Ja, genau, wir könnten natürlich meinen Geburtstag verschieben Aber, nee, das wird definitiv noch nicht ganz passen Dieses Ding dient jetzt einzig und allein dazu zu sehen Äh, okay, wir arbeiten dran Wir sind dabei Man sieht ja auch, dass einige Sachen inzwischen schon recht gut funktionieren Andere eher noch nicht so Und, ähm Ihr könnt halt auf dem TechEd Der wird dann auch nochmal unten in der Videobeschreibung drin sein Äh, austesten, was so alles funktioniert Ob es ein bisschen stabiler läuft Und könnt dann durchaus mal ein bisschen Meldung abgeben Äh TS-Server wird erstmal noch weiterlaufen, so wie er ist Wir haben natürlich inzwischen auch einen größeren für später Äh, ich würde jeden, der das sieht, bitten Sich auch auf der Homepage mal zu registrieren, ne Bist du ja Bescheid Und dann habe ich noch eine Wette laufen Ähm Jack, kannst du dir mal kurz die Ohren zu halten, bitte? Äh, ja Ähm Ich versuch's grad Ja Ich kann die Arme nicht bewegen Ich hab Tatsache, ich hab mit ihm gewettet Dass er es bis Ende des Jahres noch auf 150 schafft Ich muss ihm einen Kasten Bier sponsern, wenn er es nicht schafft Also abonnieren Bitte Ich will keinen Kasten Bier ausgeben Ich will selber einen haben So Ja Entschuldigung Ja Soll's gewesen sein Ne, wa? Noch wichtige letzte Worte von euch? Ähm, ja Äh, Jürgen Äh, ja Du hast doch jetzt schon mit dem von Better World Kontakt aufgenommen Meinst du, der kann auch Kästen einfügen? Äh, Bierkästen, ja Ja, doch Kriegen wir bestimmt hin Verdammt Da müssen wir aber auch Bierflaschen noch haben Ja Wär auch gut Hm Aber dann krieg ich das halt Bierkiste Oh Mann, oh Mann, oh Mann Jaja, das müssen wir erst mal schaffen Gut Danke fürs Zuschauen War ja nur doch ein relativ, äh, langer Ausflug Und wie gesagt, es war noch lange nicht alles Und zum Abschluss schlägt noch der Blitz ein Ist das nicht toll? Äh Wir hören uns definitiv weiter Und, äh, seid mir nicht böse Jo, ciao Ciao, ciao Tschüss Ja, ciao